heute was geht ab leute hongi noch nicht ganz an der rutsche aber gleich es war wieder im ostpark heute findet hier ein großer trigger statt oder triggerversuch mal schauen die erste arena wurde angekündigt merkt leider daun ein großes hindernis aber ein größeres highlight hier erstmal ein loturzl falls hier irgendwo spawnt so toll das ganze an den zaun und es spawnt nicht das ist traurig schade so auf der anderen seite fängt schon mal schlecht an auf jeden fall da hinten ist ein dry raid der erste von vielen hoffentlich dann schauen wir was hier so geht im ostpark letzte woche trigger hier verpasst zwei arena getriggert die waren relativ nah beieinander zufälligerweise oder glücklicherweise in zwei verschiedenen zellen und da ist es ja noch okay das glück wendet sich leute schauen wir mal das glaube ich mein dritter gesamt dann erst hunderter davon wir auch nicht schlecht und ne richtig schlecht ich muss weiter die leute hier haben ein system der hat sich hinten angecheckt aber ich muss leider die regeln brechen mann 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 ja gleich ist die jacke wieder tricky wie viele ärger zuhause es ist immer das gleiche mit dir oh jetzt die kamera an du bist durchgelaufen ja du bist durchgelaufen du bist noch zum nächsten trigger kam nicht so lange warten in leim in leim in leim nicht bergabend leim sondern in leim wow ihr seht ich bin überall so wie dies machen wir es halt versuchen alle zu teilen und die dauer aufzuteilen so dass der rake die volle 45 minuten beschäftigt ist sprich einer nach dem andern wie gesagt ich muss mich leider fortbringeln um 16 Uhr fängt nämlich ein weiterer trigger an ein 2er rate in 20 minuten das ist super schreiben wir gleich 2er rate am technischen rathaus die haben wir uns ausgesucht wir haben voll die analyse gefahren drei tage vielleicht schauen wir da auch noch vorbei ich habe gerade mit der kamera geredet vielleicht schauen wir da auch noch vorbei ja technische rathaus wo sind meine geora zu sind alle tot worden okay viel regeln das wasserwerk ist nicht das wasserwerk ist nicht das wasserwerk ist nicht schön rathaus das spielplatz ist auch nicht das spielplatz ist auch nicht das ist knapp als das letzte mal wo ich den gemacht habe was habe ich noch gesagt achso und dann ich bin noch drauf ich bin noch drauf live 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 nicht nein ja jetzt sehe ich es auch stimmt das ist natürlich nicht voll korrekt voll grau was machst du mal eine bälle nach oben hast du jetzt gegen die nach oben im geht das Da sieht man ein technisches Rad aus. Mal schauen, wo dieses technische Rad ist. Auf zum nächsten und dann muss ich eh wieder hierher. Du musst nach Leim oder? So, nächster Stop. Am anderen Ende der Stadt sind wir in Leimann gekommen. Neues Pokémon, neuer Raid. Den hab ich noch nie gemacht. So Glutexo. Los geht's. Erstmal Arena drehen. Das ist eine neue Arena. Hi. Hallo. So schief. Trigger Nummer 12. Aber ich muss mal bedenken, ein paar von denen hab ich in derselben Zelle gemacht. Muss man nicht. Kannst du auch andere Leute beleidigen. Das kommt dann einfach so umgeschnitten auf YouTube. Dann kommst du nicht mehr weg. Ja, man hört's schon, dass ich's war. Ja. 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 Trigger. Beziehungsweise einfach nur ein Raid. Aber die Leute haben hier vermehrt in den letzten paar Tagen geradet, getriggert. Vor allem gestern. Ich war gestern auch hier. Hab den aber zeitlich nicht mehr geschafft. Hab mich dann doch für einen anderen entschieden. Und zwar den am Hirschgarten. Jetzt bin ich wieder hier. Ein Dreier. Das ist immer noch zu schade. Ich freue mich da reinsetzen, weil das ist eine coole Perspektive fürs Video. Aber dann drehen wir uns einfach nur da rein. Schade, das wäre echt geil gewesen. Okay, die kümmert sich um keine Grenzen und Gitter. Die geht einfach drüber. Schlüpft erst in einer Minute. Dann geht's los. Kann ich euch irgendwo absetzen? Moment, vielleicht. Bis zum nächsten Mal. 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 So, nächster Raid, nächster Trigger, Tentoxa, den haben wir noch nicht in unserer Sammlung. Hier war ich auch früher oft, gelb Agenda immer, beim alten Arena System. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine Bombe im Shuttle. Erster Ball, also theoretisch erster Ball, der getroffen hat, das ist Trigger Nummer 14. Einen haben wir noch, Freunde. So, das war's. Ich hab gesagt, einer kommt noch, war aber dann noch ein Wohlenohner und die haben wir eigentlich schon genügend gemacht. Und mit Geowatz probiere ich das nicht nochmal fürs Erste. Das war's auf jeden Fall. War anstrengend der Tag. Ihr habt's gesehen, ich bin von dem einen Ende von München zum anderen gefahren und dann wieder zurück und dies das. Nur für die Triggers. Hoffentlich wird es sich lohnen. Wir werden es heute Abend erfahren, höchstwahrscheinlich. Ich mache einen Livestream, schaut vorbei. Und dann gibt's hoffentlich die Einladung live. Ansonsten seht ihr meine Leiden live. Heute war's auch cool. Ein paar verschiedene Rates. Zum ersten Mal Tentoxa. Sichlo auch dabei. Das erste Glutexo. Also war okay. Polygon hatten wir auch noch nicht in der Sammlung. in der Raid Jagd Sammlung. Aber wie gesagt, schaut's heute beim Livestream vorbei. Ab 18, 19, 20 Uhr. Irgendwie sowas. Eher 19 Uhr. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht. Rokumanzitieres Business. Tschüss.